Hallo mal wieder, hallo again, heute mal wieder eine neue Folge von Wünsch dir was und Willi 04 hat entdeckt, dass unter einer H0 auch noch eine LWB versteckt ist und da wollt ihr gern ein bisschen mehr davon sehen. Okay, Willi 04 discovered that there is a LGB or G-Scale layout under my HO layout and you would like to see some more details of this hidden layout. And I will start with a little slide show showing the history of the LGB or G-Scale layout in my loft. It is not in a chronical system but I think you will find out what I meant when I show the slideshow. And afterwards there will be a video with an actual layout in the display. Okay, also ich werde erstmal anfangen mit einer Sein-Deer-Show mit alten Fotos von der LGB beziehungsweise G-Scale-Anlage, also Spur-G-Anlage. Und die wird nicht chronologisch sein, aber so, dass man einigermaßen versteht, warum sie so ist, wie sie ist. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Der eine oder andere mag vielleicht das Bild von vorhin wieder erkennen. Wir sind also hier auf der Nordseite der Anlage, vor uns der Bahnhof Neufen und dahinter die Gebäude des Dorfes. Die Anlage wird mit einer Multimaus-Roh von Roco gesteuert und die erste Lok, die wir sehen, ist die Spreewald. Die Lok fährt jetzt eine Runde ums Dorf und dann auf den Schattenbahnhof. So, okay, the Loco takes a tour around the village and will then head to the hidden station. Oh, da steht noch ein alter Playmobil-Loco von meiner Tochter. Das Spreewald is now passing the hidden station or the staging yard. Wir gehen jetzt auf die andere Seite von der Anlage, das ist in die Südseite. Und hier ist dann das Guckloch, durch das Willi vermutlich erspäht hat, dass es da auch noch eine LGB-Anlage gibt. Und im Vordergrund wieder ein paar Playmobil-Wagen. So, this is the position from which I really discovered that there is an G-Scale layout under my HO. Und hier rumschwenken. Im Hintergrund sehen wir eine alte Bachmann-Loco, die da aus dem Schuppen rausschaut. Die hat die typische Bachmann-Krankheit, Getriebedefekt. Und seitdem steht sie da und der Kollege ist am Schweißen und kriegt's doch nicht hin. Okay, in the background we see old Bachmann-Loco coming out, showing out of the Loco-Shed. And the logo is there since its gear is broken. That was typical for old Bachmann-Locos. And I try to show a bit of the scenery in the village. It's called Daisy Town. And those who know will discover Lucky Luke and the Daltons. Also meine Stadt, die heißt Daisy Town. Und der eine oder andere mag da Lucky Luke und die Daltons entdeckt haben. Das sehe ich schon, da hat's ein Dalton vom Sockel gehauen. Da muss ich dann mal bei Gelegenheit wieder unter die Anlage krabbeln. Das machen wir aber heute nicht. Das ist mir ein bisschen zu umständlich. So, jetzt sind wir da ein bisschen rein zu zoomen. Okay, let's have a closer look to the scenery. Okay, okay so far. Now we will go to the other end of the south side and continue our video. So, okay. Here in the front of the scenery, there is the farmhouse. And in the background we see Daisy Town. The only American logo except of the old Bachmann in the shed is this shea. I think I have the one or the other video made with the shea. Okay, so we don't need to get it in service right now. Perhaps a little twinkling. I don't know if we are. I don't know if we are. I don't know if we are. Shea. Okay, lights on shea. Okay. Still alive. Okay. And now come. Also, ich habe jetzt mal kurz die shea zum Leben erweckt. Mal einen Willkommenspfeifen und wir machen jetzt weiter mit der Spreewald. Die wird langsam ihre Runde beenden. So. Und dann stoppen wir den Zug mal wieder. Let's stop the train again and come back to the staging area. So. Here we are. Okay, I have to go back it. Okay. So. So. Hört sich nicht gut an. Das ist also mein Stellpult. Die Bachmann Weichen werden durch einfaches Umpolen geschaltet. Da ist auch ein bisschen ausprobieren dabei. So. Jetzt sollte ich mit der Shea abbiegen können. Äh, mit der Spreewald. Wenn sie uns die Ehre erweist zu fahren. So. 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 Andi. So. Andi. So. 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 Also on this side there is a switch control. Und ich versuche die Diesel-Engine aus dem Staging Yard zu holen. Also auch hier hatten wir das ähnliche Stellpult. Und ich will mal versuchen die Diesellok hier aus dem Abstellbahnhof zu kriegen. Das sieht sehr danach aus, dass man hier den Reinigungszug fahren müsste. Das sieht aus wie die Köln und Drang sollte die Reinigungszug aufnehmen. Also an Rollmaterial hätten wir hier noch die kleine Dicke. Und als nächstes hätten wir hier noch die Kastendampflok, der feurige Elias. Das ist ein Logo, das heißt Elias, und ich versuche es wieder zu fahren. So, da ist nicht genug Verkehr hier auf dem LGB-Gelände der LGB-Anlage, deswegen sind die Gleise recht schmückt. Und die kleinen Loks waren dann halt immer noch etwas unwillig. Jetzt haben wir hier auch eine, ja, jetzt nicht so mit riesen Weichenstellpult, sondern einfach Kontakte hier in die Platte geschraubt. Und damit sollte ich die Weichenstellen können, weil hier noch auch nochmal hinkommen. Jawohl. Jawohl. So hat's funktioniert. So, hier ist die Ablage für den Stift. Okay, das ist, once again, mein Homemade Switch Control. Okay, Sound of Elias. Now we come to the last German logo. That is a mallet. So. And I'll try to get it out here. Just a moment. So, wir kommen jetzt zur letzten deutschen Lok. Das ist eine Mallet. So. So. Das sieht man hier. Seht, dass man nichts sieht. Da hat die Loks im Bild. Dann wollen wir die auch mal auf eine Rundreise schicken. Das ist ein ganzes S crystal. Bis zum nächsten Mal. Füß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 If there are any questions, don't hesitate to ask me, just write down in the comments. Vielen Dank für's Zuschauen und wenn du möchtest, dann abonnieren und Like. Cheers für jetzt und Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017